ein herzliches Willkommen zurück hier in Call of Duty Advanced Warfare. Jetzt habe ich selber überlegen müssen was das hier für ein Spiel ist. In der letzten Folge haben wir einmal das System gehackt und müssen jetzt probieren unbemerkt darüber zu kommen. Gar nicht mal so leicht. Warten bis die Drohne da weg ist. So weit ist gut, Michelle. Das Arbeitszimmer ist in der Nähe. Guter Schutz. Weiter. Weiter. Vorsicht, wir wollen keine zivilen Opfer. Entschuldigen Sie, Sir. Gäste dürfen nicht in diesem Bereich. Hallo, tut mir leid. Ich wusste nicht, ich habe nur das Gästehaus gesucht. Das geht in Ordnung. Ich kenne schon. Wir sind seit Jahren betreundet. Tut mir leid, Sir. Ist der Zutritt verboten? Sie müssen jetzt gehen. Dann haben Sie wohl nichts dagegen, wenn ich das dem Arbeitgeber sage. Sauberer Schuss. Keiner hat was zu tun. Vorsicht, Michelle. An der Einfahrt ist eingebett worden. Vornecht richtig auf den Balkon. Das war wirklich gut, Michelle. Ich habe noch mal. Ich habe noch eins gefunden. Negativ. Das ist ein Schreibtisch. Also los. 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 Das ist ein Schreibtisch. Das ist ein Schreibtisch. Das ist ein Schreibtisch. Der Hangar ist verschlossen. Ich kann nichts sehen. Da reinzukommen wird nicht leicht. Das ist ein Schreibtisch. Das ist ein Schreibtisch. Das ist ein Schreibtisch. Herr, Gaat Okay. Das ist ein Schreibtisch. Das ist ein Schreibtisch. Das ist ein Schreibtisch. Heaven in God. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Kann es leise sein hier. Ihre Sorge um unsere Sicherheit ist dumm. Wenn wir das lieber durch Suche des Falles geschehen haben, kann ich noch zu sprechen. Ich stehe die Sorge an. Ihr werdet mich zurück an. Alles meinte Rente. Geltet euch an. Das muss bändisch aus sein. Wir müssen rausfinden, wo ich sie es bringen. Ich bin schön zu ihr. Box, wir holen uns jetzt die Fracht. Komm, die Fracht ist schon an Bord. Das schafft ihr nie. Das Evakuieren. Die Team soll am Sammelnpunkt Delta warten. Das muss schnell gehen. Macht sie fertig. Ich glaub, Michel. Wir schaffen das. Die Greifhahn bereit machen. Komm, komm, komm. Komm, komm. 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 Kommh, Komm. 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 Oh, oh, wasser. Uff. Wiesel. Woof! Wir haben die Kine. Oh, 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 Wasser. gut die schwimmen gar nicht also von daher schon so verbessern können wir immer noch nichts abgeschlossene mission sentinel es ist für dich recht spannend pandora Interception Point. Na, dann geht es jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen heiß zu, ne? So. Und Merk-Handschuhe. Kreuz plus nebenan an, wie viele Folgen ich schon habe, damit ich weiß, was ich noch aufnehmen muss, beziehungsweise aufnehmen möchte, was nicht. Ich habe jetzt einen Plan. Wir haben jetzt hier in der nächsten Zeit. Alles andere ist entgegen. Wir treffen uns mit Guardian 5, Parkabwurfpunk und Sicherlichkraft. Technik 2, 3, Ende. Magnetstoff aktivieren. Alles klar, Michel. Okay. Ja, was macht er denn? Ja, was macht er denn? Ich sehe nichts. 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 Ich sehe nichts.